Moin moin und willkommen zu einer neuen Runde von Naruto Shippuden Ultima Ninja Storm 2. So, hier sind wir bei Folge 5 bei uns und hier bei Kapitel 6, die Geschichte von Galaten Hiraya. Ja, ich würde mal sagen, hauen wir mal direkt rein, ne Leute? Ich habe zur Zeit ein kleines Handicap und zwar, ähm, ja, wie der Schicksal denn so wollte, habe ich mir so gesehen einen Zeigefinger gebrochen, was natürlich ein bisschen scheiße ist für mich jetzt im Spielen. Zum Glück habe ich noch den Daumen frei, deswegen wirft mich das jetzt nicht zurück, sondern ich versuche immer noch bestmöglich die Let's Plays rauszubringen. Und das wird jetzt nur ein bisschen schwer werden, aber ich glaube, das packe ich trotzdem. So, Kampfvorgaben wie immer und die Bonusvorgabe ist jetzt natürlich einen Hilfsangriff, viermal benutzen. Dann kriegen wir auch so einen schönen Yin-Yang-Stein. Ach, Quatsch. Und, hauen wir ihn mal auf die Fresse. Nein! Oh! Scheiße, wohin ist er denn jetzt verschwunden? Äh, jetzt... Oh, fuck. Komm, 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 komm. Nein! Wieso kriegt er denn immer auf die Fresse? Ernsthaft? Komm schon! So, wie die Reihe sagt nichts, ist er malmöglich. Aber es geht nicht, wenn der direkt nämlich reinguckt. Komm schon! Nein! Hau doch nicht ab! Was hat er jetzt vor? Das glaubst auch nur du! Natürlich, wir sind die Reihe, hallo? Komm, gib dem Vogel auf die Fresse. Oh, das ist aber so ein schöner Angriff. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 ich will nicht so weiter. Nein, 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 aber er hat mich echt noch erwischt. Ja. Boah, ist doch schwer mit nem gebrochenen Finger. Kein einziges Mal erwischt, das ist doch schon mal gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Dreck. Das war so haarschaf knapp. Komm schon, komm schon, komm schon, die Reihe. Räume mir auf die Fresse. Haar verarscht. Wie lang der noch? Oh, geht doch. Äh, hä. Jetzt hab ich natürlich so'n kleinen Nachteil. Ah. Boah, das war knapp. Nein, leider nicht. Jetzt sind wir im Eremiten-Modus, jetzt gehen wir dem erstmal richtig auf die Fresse. Oh Gott, den Kampf hab ich immer gehasst, gegen drei Pens zu kämpfen. Komm schon. Ich hasse es immer, gegen drei auf einmal zu kämpfen. Äh. Das kann, das kann ich jetzt bis zu Jan hinbeziehen. Komm schon. Scheiße, ich hab sie nicht alle gleichmäßig. Das ist immer so'n Nachteil. Du musst alle dastehen bleiben. Ah. Schaffen wir es vielleicht? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die eine darf nur nicht wieder aufstehen. Die eine darf nur nicht wieder aufstehen. Die eine darf nur nicht wieder aufstehen. Ja. Oder, 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 oder. Oh, das war knapp. oh mein gott das war echt haarscharf knapp machst du doch eh nicht oh gott jetzt kommt ein bulle oder nein bison war das doch ne ja ein bison boah ist doch stressig mit nur einer mit nur einem daumen was muss ich jetzt drücken ich habe angst ich habe angst das muss ich drücken scheiße das war ein bisschen peinlich aber wenn es ist ich habe einen daumen leute sorry komm schon ich habe dich erwischt was nicht erwartet war nagato so so Ich möchte die beiden zu retten. Ich weiß nicht, dass es so viel zu tun hat. Warum bist du so... Bye. Schade, dass sie das rauszensiert haben. Im Anime war das mega geil. Hm, ob das schon das Ende war? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das im echt noch zeigen soll. Ja, egal, ich mach's jetzt einfach mal. Das war das Rinnegan in Aktion. Harte Sache, was? Tut mir leid, euch von so weit her gerufen zu haben. Huht euch nachher unbedingt aus. Ich kehre ebenfalls nach Konoha zurück und... ...laß mich gelehrt, immer auf der Huh zu sein. Stimmt's, nicht, Sensei? Was? Boom! Leider, geht's dir gut? Ich, ich nehme es an! Was ist denn los? Soll das heißen, Pain ist immer noch am Leben? Ja! Ich, ich weiß nicht. So, und jetzt? Na, ich glaube, ich lasse es mal lieber mit dem Leben. Okay. Da, ich bin's. Ich bin's. Ich weiß nicht, was ich? 6 Menschen? 6 Menschen? Schau mal! Ich habe 3 Menschen geholfen. Was ist das? Ich habe mich nicht gesagt, dass ich sie wieder zurückkehren? Ich habe mich nicht wirklich verletzt. Ich habe mich nicht gesagt, dass ich 3 Menschen wieder zurückkehren. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, dass ich ein Schilder hatte. Warum? Warum hast du einen Indiegan? Was ist das, Düsseldorf? Ich bin ein Schilder im Hintergrund. Aber ich habe das Kind nicht mit dem Schilder. Was? Was ist das, was ich? Es ist das, was ich schon mal an. Es hat sich nicht so viele Dinge ansehen. Was ist das, was ich? Nein, 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 nein. Das ist das, was ich nicht so viele Dinge, die ich daran erinnern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Ich habe keine Kraft, Aayna. Ich habe mich in den 1.000-Modeln gekämpft, und ich habe mich in den Kampf gegen Yazu gekämpft. Das ist genau das, was ich für meine Vorrednerin bin. Wo, ja, Hiraya, so gesehen, auf dem Boden lag und ihn erst mal gefragt hat, ob er sich an überhaupt nichts erinnern könne. Ja, ich glaube, da war ja auch Blut überseht. Da hatte er auch so eine hässliche Narbe auf der Brust. War nicht so lecker. Aber... Ja, ich glaube, dass es noch einen Moment auf dem Weg gibt. Ich habe noch nie, aber ich glaube, dass es sich nicht so lecker ist. Ich habe noch nicht gefeiert. Der Mensch ist, dass es mein Geist ist. Wenn ich mich nicht so lecker, kann ich nicht so lecker werden. Aber es ist nicht so, dass die Ergebnisse nicht verändert werden. Du bist hier. Das ist ein Ergebnis. Ich kann es nicht so, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Ich kann es nicht mehr verletzen, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Wenn du so weitestellst, dann kannst du es nicht mehr verletzen. Jetzt kommt das Traurigste vom Traurigen, Hiraya, gegen alle sechs Pains. Komm schon, wer will als erstes auf die Fresse? Nein, ich wollte doch nur, hört auf! Ich wollte doch nur ein bisschen Chakra aufladen. Hört auf! Aua! Aua! Nein, geht weg! Aua! Aua! Hört auf! Hört auf! Ihr seid sechs gegen ein! Hallo, wo ist Fairplay? Fairplay, Leute! Hört auf! Fairplay! Aua! Okay, Timeout, Leute! Leute, 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 Timeout! Timeout, Leute, Timeout! Ich krieg doch schon auf dem Boden. Leute, ich wollte mich ver... Arschen! Genauso denke ich auch, Hiraya. Nein, Hiraya! Nein! Nein! Nicht sterben! Nicht sterben, Hiraya! Nein, willst du nicht? Nein! Nein! Genau! Denk an Naruto! Los! Rappel dich auf! Hiraya! Los, Hiraya! Genau, der kann Naruto! Genau! Steh auf! Los! Los! Komm schon! Ich glaub an dich! Ich glaub an dich! Du wirst ihn auf die Fresse geben können! Schwierig! Du wirst ihn! Niemals! Das ist Hiraya! Der perverse Bergkiremit! Wow! Nur! Vahaaah! NIE! Hey Kiraia... Da geht der halt fort. Rest in Peace, Kiraia. Oh, mir fällt grad auf. Scheiße, wir haben die Bonus-Vorgaben noch nicht mal ein einziges Mal benutzt. Fuck, hehe. Äh, ja, es ist jetzt grad nicht so der richtige Zeitpunkt zum Lachen. Der liebe Kiraia ist von uns gegangen. Arme Kiraia. Neuner... ach, stimmt, fuck. Hm... Okay, so Leute, ich glaub das war's wieder mit der Folge Naruto. Lasst ein Like da, falls ihr den Arme Kiraia vermisst. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Naruto, weil ich glaube das ist dann der letzte Part. Und bis dahin haltet die Füße stell, schaltet wieder ein. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao! Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.